moin moin leute mein name ist christian und es geht weiter mit let's play minecraft ja minecraft jay und wie man sieht hat sich hier ein bisschen verändert ja es ist alles wie weihnachtlicher geworden ich habe mir selbst weihnachtstextrum pack sozusagen selber gemacht und das leckt gerade wieder ja weil ein bisschen weihnachtsstimmung und so ich selber bin ein bisschen krank und habe husten wird es aber versuchen zu vermeiden zu husten weil er sich das erstens nicht für euch gut anhört für mich für mich tut es weh im hals und es leckt wenn das weitergeht dann mache ich das textum pack wieder raus weil ich will lieber ein leckfreies game als ein leck game mit weihnachtssachen so was haben wir gemacht mal gucken wir haben hier die bude gemacht und das haus haben wir gemacht und hier den grasen haben wir frei gemacht gut 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 ja es leckt das ist behindert fragt mich jetzt echt ob ich das wieder raus machen soll wie sieht denn hier unser feld aus ganz gut eigentlich haben wir hier noch was drin haben wir schon ein bisschen länger herzig gespielt habe gut was machen wir jetzt als nächstes was das das ist das sind steaks alter wie viele steaks ich habe okay dann versuche ich es mal mit zu spielen okay was machen wir jetzt als nächstes wir haben jetzt hier fläche fläche hallo wir haben ja irgendwo eine höhle vergraben oder so genau das leckt zu sehr hallo tut mir leid leute aber so kann ich das nicht machen ich weiß nicht warum es leckt ich will das hier nehmen wir das ganz normal so 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 alles okay hoffe ich doch jetzt mal das ist okay läuft so okay ich würde sagen wir gehen in eine hülle weil für das was ich vorhab brauchen wir äh redstone und so und andere coole sachen deswegen würde ich mal sagen wir machen noch mal eine höhlen erkundung zwar woanders irgendwo und zwar eine richtige die ganze folge langsam berufe ich das jetzt hier in der hülle zu machen äh genau erstmal den kremskranz ablegen das 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 wir tun einfach alles hier rein okay keinen bock jetzt zu ey den kommst du brauchen keinen bock jetzt zu zu sortieren äh kohle die brauche ich auch fackeln bleiben das bleibt auf das bleibt auf das bleibt auf das haben wir das haben wir das haben wir schwert ja schwert brauchen wir schwert 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 x level sind wir level 4 ok aber noch ein zweites schwert das 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 fackern essen haben wir auch kürbisse brauche ich nicht kürbisse ab rein ok dann gehts los einfach ganz zack schnell los yeah kürbis fressen boah kommt schon wo bin ich jetzt bin ich hier richtig so dann einmal hier hoch in die hölle müssen wir auch mal wieder alter warum legt es denn jetzt so das legt auch mit dem ey leute das reicht computer verspiele es nicht mit mir ja genau alter geht der mir auf den sack kann ich jetzt weiterspielen darf ich was ist dein problem kollege ich würde sagen leute ich mache ich mache morgen aufnahme jetzt lohnt es sich nicht weil jetzt lag beim computer keine ahnung warum er hat seine dollen 5 minuten anscheinend hast deine tage hast deine tage ist nicht mein problem eigentlich ja schon aber trotz geht der mir auf den sack super ja für euch vergeht sowieso nur eine sekunde für mich den ganzen tag weil es schon spät hab mir gedacht ja komm nimmst du schön auf hier machst du alles super nein so ich sag tschüss oder bis gleich eine sekunde später für euch für mich einen tag ciao moin moin leute es geht weiter mit let's play minecraft ja und hoffentlich jetzt lag frei weil irgendwie hat das ja nicht mein rechner irgendwie verkraftet mal gucken ja sieht doch schon mal ganz okay aus die welt bot sich nur auf so was haben wir denn hier in den öfen ach ja da habe ich schon reingeguckt nichts mehr genau ich wollte in eine höhle da habe ich mich auch schon ein bisschen drauf vorbereitet was machen die stufen hier ja immer noch husten leider gottes upsada die wollte ich doch mitnehmen gut dann anscheinend schafft es mein rechner yay ist gut gemacht ja ich habe ihn gestern noch ein bisschen verhört und nochmal geschlagen und jetzt funktioniert er wieder ja wir gehen wo lang gehen wir denn wir gehen jetzt auf höhlensuche ist hm wir gehen doch nicht auf höhlensuche wir gehen erst gleich auf höhlensuche loslauf schneller bitch so schupp 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 ja ich habe jetzt doch das Weihnachtstext puren pack reingetan weil es halt ein bisschen gemütiger aussieht weg damit äh und ja ich finde auch schon ein bisschen chilliger ihr seht in der TV das sieht auch geil aus betet den Weihnachtsmann an oh großer Weihnachtsmann so ähm da nicht genau verzaubern wir mal das Schwert guck mal die Verzauberung machen komm komm schon ich will nicht nur 2 haben komm schon gib mir 4 nein da waren noch 4 kacke oh dann ist man zu schnell komm schon ja da da und schärfe yeah mehr damage plus 1 leider nur haben wir hier eigentlich ein Bett ne müssen wir auch noch machen sobald das dann wird unser haupthaus hauptgebäude wie man jetzt im empire earth sagen würde so so und einmal noch ratzen geben so neue morgen alles klar Zombies mal nicht da so ja das das fand ich auch ganz cool mit diesen 2 Sonnen hab ich mir dann reingemacht ja sieht schon geil aus irgendwie mit 2 Sonnen so dann laufen wir mal los hier go go power ranger und werden wir den Spruch schaffen yay wo laufen wir denn hin so so mal sehen heute habe ich noch viel zu tun ich muss dann sofort die voll raus bringen weil wenn ihr die sieht dann hab ich die an diesem Tag aufgenommen wenn die grad neu raus ist ja ja alles schön schneeweiß die bäume sind geschmückt irgendwie alle bäume sind geschmückt glaub ich wollte gar nicht dass alle geschmückt sind aber egal Alter wieviel Kühe wehe ah hier ist ein Sumpfgebiet äh hier unser erstes Sumpfgebiet gibt es hier auch Land oder nur Sumpf ich hab Hunger sofort noch Essen ok das ist ja ein geiles Sumpfgebiet einfach nur ein paar bäumchen los geh höher danke boah gibt es hier keine Höhle was für fette Bäume alter stopp auf den Powerbäumen werde ich auch gerne Höhle finden ah wie sieht das denn hier aus wonach sieht das denn aus yay klatsch komm her aha 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 also noch mehr nö ok ich darf noch mehr Eisen gib mir mehr Eisen wir brauchen unbedingt Redstone und sowas alles deswegen müssen wir viel tiefer ja viel tiefer ja geht es da noch irgendwo rein ah was sind das denn hier was sind das hier aha aha tohle yay für mehr Punkte für besseres Equipment oh das geht so schön schnell mit der Hacke oh es regnet Punkte geil ich fand das Detail geil dass hier jetzt dass man zum Beispiel Kohle abbaut dass das dann halt äh Punkte gibt oh nein ich muss glaube ich husten einen Moment so wieder da scheiß Halsschmerzen Autsch ja wie wo wir wo 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 Vielen Dank.